Hey Leute, LApp hier und das hier ist jetzt ein Tutorial zu Bang, einem kleinen Flush, welches folgendermaßen aussieht. Die Grundidee zu diesem Flush stammte von Magic Decks. Er hat am 15.09.2013 ein Flush Video hochgeladen zu einem von ihm erfundenen Flush namens Bang und das werde ich gerne hier einmal schnell einblenden. Und ich fand die visuellen Aspekte dieses Flushes ziemlich cool. Ich fand es sah sehr schön aus, kam aber mit der Handhabung nicht wirklich klar, mit den Griffen. Und deswegen habe ich dann versucht ein Flush zu finden oder umzustellen mit Handgriffen, die ich persönlich besser fand und besser konnte, die aber trotzdem noch nach dem originalen Flush aussahen. Und in meinen Augen hat das einigermaßen funktioniert, an manchen Stellen mehr, an manchen Stellen weniger. Und ja, kommen wir dann jetzt einfach direkt mal zum Tutorial. Vorkenntnisse wären hierfür das 5 Packet Display, sodass ihr diesen kleinen Part mit dem Karteherausschieben hier schon könnt, weil ihr das gleich ganz am Anfang benötigt. Dann auch noch kleinere Flushes im Mechanics Script in meinen Augen, wie zum Beispiel das Rocker Flush, was ja relativ einfach und schnell zu erlernen ist, sodass ihr also wirklich sicher im Mechanics Script seid, weil ihr den gleich sehr gut halten müsst. Dann auch noch der K-Town Flip mit Flip-Routine, wobei hier eher die Flip-Routine, da ihr gleich ein Packet euch in die Hand schießen müsst. Und wenn ihr diese Handgriffe schon mal könnt, ist es deutlich einfacher, als wenn ihr das jetzt gleich alles zusammen lernt. Also ihr müsst es gleich zwar modifizieren, aber die Grundidee solltet ihr in etwa drauf haben. Dann auch noch der Charlier-Cut, solltet ihr es gleich modifizieren wollen, theoretisch geht auch da der Revolution-Cut. Ich persönlich finde da aber den Charlier-Cut etwas schöner auszuführen, aber bleibt ja alles dann euch überlassen. Und dann auch noch der Flicker, im Idealfall auch noch mit der Erweiterung, weil ihr dann gleich Zeit habt, sozusagen dann noch den Charlier-Cut auszuführen. Also ich persönlich mache den Flicker dann ausschließlich mit der Erweiterung. Und dann auch noch, es ist keine definitive Voraussetzung, den Scissors-Cut. Ich persönlich beherrsche ihn selber nicht, weil mein Daumen geht irgendwie nicht weit genug zurück. Aber in diesem Flourish könnt ihr eine kleine Modifikation einbauen, mit der ihr auf jeden Fall den Scissors-Cut hinbekommt. Weil im Normalfall setzt ihr hier an der Ecke an und zieht den Daumen herum und das bekomme ich zum Verrecken nicht hin. Deswegen habe ich in diesem Flourish eine kleine Modifikation eingebaut, mit der das auf jeden Fall funktioniert. Ihr beginnt für dieses Flourish in der linken Hand im Mechanics-Grip und kommt dann in der rechten Hand in einem leicht modifizierten Biddle-Grip herüber. Mit dem Ringfinger vorne gefasst und dem Daumen hier. Sollten euch die Fachbegriffe gerade nichts sagen, schaut euch einfach das Video an, da ist alles ganz ausführlich zu den Handgriffen erklärt. Deswegen gehe ich da jetzt nur schnell rüber. Also, Left-Handed Mechanics-Grip, Ringfinger greift oben anstatt dem Mittelfinger und der Daumen löst jetzt ungefähr ein Viertel bis ein Drittel des Packets ab. Je weniger Karten in diesem Packet drin sind, umso einfacher ist das Flourish am Anfang. Aber ihr solltet maximal ein Viertel nehmen, beziehungsweise minimal dann ein Viertel nehmen, weil ansonsten sind die Packets zu unkontrollierbar, wenn ihr sie hin und her schießt. Von daher würde ich euch empfehlen, am Anfang ein Viertel dieses Packets hier zu nehmen und euch dann auf ein Drittel hochzuarbeiten. So als kleinen Tipp, probiert einfach aus, was am besten für euch passt. Sobald ihr dieses Packet hier mit dem Daumen abgetrennt habt, legt ihr es vorne an den Zeigefinger an und trennt mit dem Zeigefinger einfach nochmal dieses Packet auf, sodass ihr also einen Z-Grip bekommt mit einem modifizierten oberen Packet. Jetzt bringt ihr euren linken Mittelfinger hier neben das mittlere Packet und legt es auch ruhig an das Packet an und parkt dann das oberste Packet auf dem linken Mittelfinger, sodass ihr also Kontakt unten habt. Das kann ich jetzt hier auf der Kamera schwer zeigen. Also ihr habt Kontakt zum untersten Packet hier, äh jetzt obersten Packet und drückt die oberste Karte mit dem Zeigefinger heraus. Und dafür braucht ihr den leichten Gegendruck, dann ist das deutlich einfacher. Dann geht ihr mit dem linken Daumen zum rechten Daumen und löst den rechten Daumen auch ab, sodass ihr also dieses Packet hier zwischen Zeigefinger und Daumen der linken Hand haltet und legt nochmal den Mittelfinger hier an, wenn er nicht sowieso schon angelegt ist und bewegt euren Daumen mittig, wenn nicht noch weiter rechts, damit ihr jetzt gleich den Scissors Cut besser ausführen könnt. Weil je weiter rechts euer Daumen ist, umso einfacher ist dieser Cut jetzt gleich. Aber dazu komme ich auch gleich noch im Detail. Wenn ihr jetzt in dieser Position hier seid, legt ihr die einzelne Karte, die ihr gerade abgeschoben habt mit dem Daumen, an den linken Daumen an und haltet sie dann zwischen dem rechten Ringfinger und dem linken Daumen und bringt jetzt eure linke Hand nach vorn und eure rechte Hand nach hinten, während euer rechter Mittelfinger noch zusätzlich diese Karte hier unterstützt und diese Karte festhält, sodass ihr also nicht runterfällt. Wenn die linke Hand dann jetzt vollständig vor der rechten Hand ist, bringt ihr die linke Hand nach unten und die rechte Hand leicht nach oben und greift jetzt mit dem kleinen Finger hier an der Karte zu und lasst dann natürlich mit dem Mittelfinger los, sodass ihr diese Karte dann jetzt zwischen Ringfinger und kleinen Finger eingeklemmt habt. Wenn ihr jetzt an dieser Stelle seid, passiert in beiden Händen zeitgleich etwas. Ich mache jetzt aber zuerst die linke und dann die rechte Hand. In der linken Hand passiert jetzt ein Scissors-Cut. Wenn ihr den schon könnt, macht ihr ihn einfach. Wenn nicht, müsst ihr jetzt euren linken Daumen so weit nach hinten bewegen, wie ihr könnt und greift aber zeitgleich mit dem kleinen Finger hier zu. Dadurch habt ihr irgendwann hier keinen Kontakt mehr und diese Stelle sucht ihr. Und je weiter euer Daumen hier nach rechts gelegt ist, umso einfacher ist es, diesen Kontakt hier aufzulösen. Also wenn euer Finger, euer Daumen jetzt ganz weit hier wäre, bräuchtet ihr umso mehr Weg, um diesen Kontakt zu lösen. Also je weiter rechts, umso einfacher. Wenn ihr dann jetzt hier seid und da kein Kontakt mehr ist, dreht ihr euren Daumen einfach nur ein und lasst dieses Packet dahinter fallen, sodass diese beiden Packets jetzt den Platz getauscht haben, schließt einfach nur mit einem leichten Schließen des kleinen Fingers oder auch der anderen Finger und bringt dieses Packet wieder normal in den Mechanics Grip mit dem kleinen Finger unten. Währenddessen macht ihr in der rechten Hand etwas. Wenn ihr schon die Swing-Cut-Variante könnt, wo ihr das hier als schönes Ende macht, solltet ihr das bis zu einem Teil behalten und bis zu einem anderen Teil vergessen. Denn wir machen das gleiche mit dem Handeindrehen, nur wir müssen den Zeigefinger modifizieren, damit wir gleich um das Deck herumgreifen können. Der Zeigefinger legt sich jetzt nämlich nicht gerade an das Deck, sondern ihr legt ihn mittig auf das Deck. Das ist bei den Tally Hose jetzt recht gut zu sehen. Also einfach wirklich mittig drauflegen und dreht jetzt eure rechte Hand ein, während euer Daumen über das Face Design wandert und dann mittig zupackt. Jetzt bei der Karo 3 auch wunderbar zu sehen. Also ich greife jeweils mittig auf diesen Packet hier zu. Und dann geht mein rechter Mittelfinger zur langen Kante, also von der Hand entgegengesetzten langen Kante und greift zu. Wenn ihr dann jetzt hier seid, könnt ihr ja noch den Daumen etwas umsetzen, sodass ihr also in dieser Position seid und ungefähr jeweils mittig den Mittelfinger und Daumen habt und den Zeigefinger auf dem Back Design mit dem Daumen, Entschuldigung, mit dem Zeigefingernagel angelegt. Also nicht mit der Haut, weil dann habt ihr die Gefahr, dass ihr Karten rausschießt, sondern wirklich nur mit dem Nagel des Zeigefingers hier angelegt. Wenn ihr das jetzt habt, schießt ihr euch dieses Packet in die linke Hand zurück. Wenn ihr das jetzt nach der normalen Shot-Routine, die ich ja beim K-Tone Flip oder Flip-Routine, habe ich sie mal nicht genannt, macht, dann würde sich dieses Packet jetzt noch einmal komplett drehen. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen ja, dass dieses Packet face-down hier landet. Ihr könntet es jetzt so machen, dass ihr dieses Packet hier so stark andreht, dass es sich anderthalb Mal dreht. Aber ich persönlich habe den einfachen Weg gewählt und lasse dieses Packet einfach nur halb drehen. Das ist jetzt langsam schlecht vorzumachen. Also ihr beginnt in dieser Position und habt die Hände auch recht nah beisammen und schießt euch dieses Packet dann einfach nur in die linke Hand. Wichtig hierbei ist, wie gerade schon gesagt, dass die Hände etwas näher beisammen sind, sodass ihr also nicht so viel Raum durch diesen Schuss aufholen müsst. Und auch noch, dass die rechte Hand etwas weiter eingedreht ist als sonst. Normalerweise hättet ihr die ja so in einem knapp 45-Grad-Winkel, wenn ihr das Packet andersherum habt, damit es sich wirklich einmal dreht. Wenn ihr diese Hände jetzt aber weiter zusammen nehmt, müsst ihr eure rechte Hand leicht eindrehen. Also dieses Packet ist fast parallel zum Boden, etwas mehr eingedreht nach links. Und dadurch springt es dann sehr passend in eure linke Hand, wenn ihr das mit der Hand Distanz herausgefunden habt. Das braucht seine Zeit, da solltet ihr nicht aufgeben. Das braucht wirklich ein paar Stunden bis paar Tage, je nachdem wie viel Arbeit ihr investiert, bis ihr da vernünftig und konstant dieses Packet euch in die Hand schießen könnt. Und jetzt endet ihr ja mit dieser einen Karte hier zwischen dem Kleinfinger und Ringfinger. Die würde so ziemlich blöd aussehen, wenn wir jetzt enden würden. Deswegen ändern wir den Grip zu einem Grip auf Zeigefinger und Daumen. Für die Leute, die Flicker schon können werden, jetzt wissen, was das für ein Grip ist. Nämlich das ist der Grip, mit dem ihr dann Flicker direkt machen könnt. Ja, also ihr endet ja hier, mit diesem Packet gerade herübergeschossen und ändert dann euren Grip auf Zeigefinger und Daumen der rechten Hand. Führt jetzt euren Flicker aus und könnt gegebenenfalls auch einfach nur diese Karte hier dann ablegen, wenn ihr möchtet, wenn ihr ganz einfach beenden möchtet. Ihr könnt es aber noch weiterführen, denn ihr könnt den Flicker ausführen und hier noch die Erweiterung über Ringfinger und Kleinfinger wählen. Währenddessen dann ein Charlier-Card machen. Also das. Weil wenn ihr die Erweiterung wählt, habt ihr ein bisschen mehr Zeit, um den Charlier-Card auszuführen, weil ab und zu, wenn das Packet hier ankommt, liegen die Karten nicht super beisammen. Von daher, wenn ihr die Erweiterung dann wählt, habt ihr genug Zeit, die Karten nochmal zusammen zu machen und in den Straddle-Grip zu bringen, um den Charlier-Card auszuführen. Von daher nutze ich da persönlich sehr gern die Erweiterung, weil ich nicht vorhabe, den Flicker sehr langsam auszuführen. Also von daher mache ich das gerne so. Wenn ihr dann hier angekommen seid, könnt ihr genauso gut diese Karte einfach nochmal wieder ablegen oder ihr könnt es machen wie ich und die Karte einfach herüberschießen. Das ist das gleiche Prinzip wie bei der Flip-Routine, nur dass ihr das jetzt mit einer Karte macht. Also ihr endet dann ja eigentlich in dieser Position, mit Zeigefinger und Daumen hier, geht dann mit dem Mittelfinger und Ringfinger und Kleinfinger über die lange Kante, die entgegengesetzt zur Handinnenfläche ist, mit dem Daumen dann an die entgegengesetzte lange Kante und der Zeigefinger liegt dann einfach mit dem Nagel an und ihr schießt euch die Karte in die Hand. Gegebenenfalls könnt ihr mit den drei Fingern unten etwas anziehen, sodass die Karte sich hier etwas mehr dreht, weil bei einer Karte habt ihr teilweise, wenn ihr jetzt wirklich gar nicht unten dreht, Probleme, diese zielgenau in die Hand zu schießen. Deswegen drehe ich persönlich auch sehr gern von unten an. Und ja, das wäre soweit alles zum Flourish Bang, was ich jetzt so umgetauft habe, da ich so viele Modifikationen eingebaut habe, dass es in meinen Augen nicht mehr das originale Flourish war. Daher der Namenswechsel. Und ja, das wird soweit zu diesem Flourish. Ich hoffe einfach mal, das hat euch gefallen. Die Erklärung war ausreichend. Und zusätzlich zu diesem Video ging ja heute auch auf Allabrandom ein Video zu Begleris Online, da wo ich so die kleinen Anfänge, sage ich jetzt einfach mal, erklärt habe. Und zusätzlich dazu hier auch noch ein nicht gelistetes Infovideo. Warum es nicht gelistet ist, erkläre ich im Video selbst. Und das ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Solltet ihr also Interesse haben, warum ich jetzt so lange nicht Videos hochgeladen habe, könnt ihr da einfach nachschauen. Und ja, das war es soweit von mir. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und hier kommt dann jetzt die standardmäßige Endcard. See ya!